Star Wars Battlefront Ich bin ein Frachter, aber doch keine Frachter Das hast du jetzt gesagt Das ist doch kein Fracht-Schlachtschiff Oh, guck mal, es sind ja richtig viel dabei Oh, das sind ja auch, gehen wir raus, oder? Warum? Fünf Leute, ehrlich jetzt? Okay, wenn du das sagst Ich kann auch gerne noch mal rausgehen, aber... Nee, ich bin jetzt drin, ich bin jetzt ein Ladewitsch, ich geh jetzt nicht raus Na, was denn du? Lies mal kurz vor, Rebellen und Imperium kämpfen um, erzähl Ja, erzähl doch Rebellen und Imperium kämpfen um wertvolle Fracht Infiltriert die feindliche Basis Steht die dortige Fracht und bringt sie zurück In eure eigene Basis, während ihr verhindert Dass der Feind dasselbe macht Wer am Ende die meiste Fracht kontrolliert gewinnt Ja, wie Capture, ne, wie heißt das doch? Capture the Flag, ne? Ich find schon krass, dass viele, viele Die Star Wars Battlefronts sind schon mega Gelevelt und mega Dings, und wir testen Noch die einzelnen Multi-Sein, das ist irgendwie Ein bisschen deprimierend, aber naja, das wird zu machen Ja, bringen die feindliche Fracht Zu deiner Basis, verteile deine Fracht gegen den Feind Wer die meiste Fracht hat gewinnt Okay Okay Capture the Flag, würd ich sagen Fünf, fünf steht da Und es sind vier gegen drei Na gut Wo ist denn Onkel? Da können wir auf dem Team bleiben Wo bist du? Ah, da bist du hinter mir Okay, dann würd ich sagen, machen wir hier Teamplay Das ist ein bisschen ruhiger, glaub ich Das ist so ein gemütliches, ne? Hier vorsichtig durchschleichen Warte mal, ich hol mir das Ah, da hinten Oh, ich weiß wieder Oh, so schlau Oh, oh, oh Porte dich bitte zu mir Geht nicht, weil das Team sagt Geht nicht Team Ach kacke Das war jetzt wieder so günstig, ey Die haben ne bessere Waffen, schnellere Okay, ich kann aber Ja, ich bin hinter dir Da hinten sind sie Für die Rebellion Ja, gesniped hab ich nen schön Schönes Gerottel Geriffel Okay, ich mach mal an Achtung, wir sehen sie Ja Ja Der ist eigentlich Rival, der macht immer nur an Aber macht nix Ich bin doch hier Ich versteh nicht Vorne, bei der Fracht bin ich Bin direkt da Pass auf Onkel, dein Linsenergie Ja, wir müssen mal hin Warte mal Ja, ich bin doch da Ich hol jetzt die Fracht Und du deckst mich Oh, die Dreckschwein Ich hab sie, ich hab sie Los, ab zurück Oh nein, der kommt, der kommt Der will mich Der will mich Sag mich Mann, Los, ich hab den noch, komm Ja Aber komm doch mal, was machst du denn da hinten Oh, meine Fresse ey Das kippst doch nicht Oh, Hilfe Jetzt hab ich grad, jetzt hab ich grad einen Ich dachte, wenn der Typ mir so am Arsch gibt, dann ist der fein Und das war ein Kumpel, der mich beschissen wollte Ich hau den ein Und gibt den ein Der guckt mich an So nach dem Motto Was ist denn mit dem los Oh, das war jetzt geil Ja, du warst doch schon sofort tot, ey Ja, weil du dort nicht stehen geblieben bist Ja, wie stehen Ich bin voll losgerannt Wie ein altes kaputter Total losgerannt Du standest dort, du wirst deinen eigenen Partner bescheißen Super Nein, ich hab geschlagen Das ist ein Unterschied zwischen, äh, ein bisschen Hat er dich gekillt? Ja Ja Warum machst du denn sowas? Was ist denn los mit dir? Ja So, ich hab die Fracht Hab sie Wir haben die Fracht Beschützt mich Beschützt mich Beschützt mich Du musst jetzt zu uns rüber rennen Ja, beschützt mich Ja, dich beschützen, wenn sich was rauskommt Ach Du schießt mich auf Ab Ja, beschützt mich Ja, bin ich doch dabei Gut Ich laufe, ich laufe Nimm das Mg Nimm alles was du hast Ah, ich werd beschossen Ja Jawoll Das nenne ich doch mal ordentliche Brandbeite hier Was? Was? Was sollst du sagen? Was sollst du sagen? Das nenne ich doch mal ein gutes Team war das Ist ein bisschen wie Football, ne? Einer hat den Ballen und alle wollen Brandbeite? Was ist ein Brandbeite? Ja, du weißt schon was ich meine Nein, was ist ein Brandbeite? Das Spiel da überhaupt kommen Das war doch mal eine tolle Brandbeite Was? Du weißt schon was ich damit meine Liebe Zuschauer Schreib doch bitte drunter Was meint Rihane mit Brandbeite? Ach Gott, ne Die hatten automatische Geschütze Wollte ein neues Wort erfinden Hat's doch geklappt, oder? Die Fracht ist dem Imperium Wieso haben die eine Frachtgäste? Ich raste hier gleich voll aus Schlau, komm komm her Wir sind doch grad dort Wo rennt der rum? Da Wo läuft der lang? Hier, außen Ja Ich hab'n Muss ich die wieder zurückbringen? Ja, zurückbringen Ja, zurückbringen Beschütze dich bitte Ich bin gar nicht bei dir Achso Wo ist der denn langelaufen? Verteidigen Hä, wo kann ich das denn abgeben? Ich dachte ich muss das zurückbringen Hast du doch schon Hab ich schon? Achso Na gut Äh Wieso seid ihr? Zwei Gegner haben wir noch Krampus Und der andere Komischer Typ der Rihane, oder? Ja Ich sag noch so gar noch einen Namen Weiß nicht wieviel es Rihane im Spiel gibt, aber Ich glaub mehr würde ich glaube durchdrehen Durchdrehen Der war gut Der war cleverer Rihane Der hatte was, ne Der hatte was von Ach Gott Die haben gekammt Natürlich kämmen die die ganze Zeit dahinten Die wollen ja ihre Fracht verteilt Also ich glaub mit dem Fracht Das wird grad mal eh ein Part Also ich glaub da machen wir das Gefällt mir jetzt auch nicht grad Ich wein' gut wenn's mehrere sind Das bestimmt witzig Aber im Moment ist halt echt so I lose your control I lose your control Ui 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 Geholfen Jaaa Wieder einer gemäht hier Die alten Säcke Du kannst jetzt bin ich bei dir Dankeschön ich kann bei dir starten Darf ich da auch mal nehmen? Das wär auch mal nett Achso Ah Wieso ist der Gegner denn vor uns? Ah ich hoffe Ah er kann sie noch nehmen Gott sei Dank Komm bring sie rein Bring sie rein Habt ihr sie? Da ist sie Ja Packste schön rein Ja Perfekt Mua 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 Sechs vier steht's Okay Eija Aber das war grad echt krank ey Der Typ hat aufm Ah Achtung Er hat in meiner Base auf uns gewartet In deiner Base In deiner eigener In unserer In unserer Da war das sogar komisch Da gibt's nur meins und deins Was? Mhm Versteh nicht Ich will nicht Okay Ach man kann diesen Diesen Sniper Schuss noch aufladen Wenn du länger gedrückt hältst Wurder Schuss stärker Hallo? Ja ich bin grad total vertieft Was kann man aufladen? Den Sniper Schuss Den kannst du noch aufladen Wenn du gedrückt hältst Wurder Schuss stärker Für den Sniper Gewehr Für den Sniper Gewehr Bringt sie jetzt zur Basis Das ist gut Au Gut Jetzt muss ich mal 500.000 Spielstücken rausfinden So ich hab grad einen getötet der dich gejagt hat Mich? Ja oder unseren Kumpel Oder alle zusammen Oder alle zusammen Achtung Das war die Sachen Die Sachen die man so Freispielen kann Bei Anziehsachen Und da hab ich das gesehen Weil ich wollte immer wissen Wie man so schwarz aussehen kann Und dann stand das da drin Der bis 50 muss man sein Boah Boah der Sack Der hat uns beide gekillt Oder? Mich auch Ja das war der Thermal Detonator Na gut mit so einer dicken Waffe Ist klar da machst du auch ein bisschen Bums Ne Ist das gerade eine Granate geworben? Äh ne Dingsbums Nehm Achso Ne Dingsbums hat er geworben Ne Miene Hm Ne Ach Gott ey Drecksack der Na der ist gut ey Der ist nicht schlecht der Junge Der ist nicht schlecht und das weiß ich genau Dam Dam Hat 27 Kills hat der Junge Wahnsinn Schaps Los zurück Ja Ja Los Schütz mich Oh scheiße Auch nicht in mein Schussfeld rennen Beschütz mich Ja lass mich doch Ich will mich doch vor dir stellen Das sind unsere Ja die kommen aber meistens von hinten Kenn das Problem Ach scheiße ey du hast keine Scheiße Die beiden das sind Profis ey mit Weiß ich nicht Irgendwie gehen die voll ab Ah ich kann mich hinter dich porten Cool Hast du? Ja Jawoll Ja blablabla 7 3 stehts Da oben steht er am Dach Ja irgendwann schießt's aber dann von selber ne Ist das blöde Hallo? Ja stimmt Ja stimmt Ist grad hoch gegangen Absolute Wahnsinns Party Au Im Radio und im Fenster Oh scheiße Oh scheiße Thermal Detonator Boah Die haben auch die ganze Zeit die fetten Dinger ne Weißt du was ich jetzt habe? Ah schade Der hat das Ding Der Penner Lauf 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 der hat das Ding Ach mensch Die haben auch immer die fetten Bomben ey das gibt es ja gar nicht Weißt du wo ich mich freue? Dann muss ich das habe ich ja auch geguckt Und zwar gibt es später die Karte Warum kann man das nicht rausfinden? Warum musst du alles vorausquatschen? Ja das sieht man doch wenn man auf Freischalten geht Ich will da nicht drauf gucken Ich will mich überraschen lassen Und du versorst mir meine Überraschung Schau doch mal auf damit Das heißt ja Bloß weil du so ein kleiner Negerpimmel bist Der sich ständig spoilern lassen muss Ich möchte das gerne überraschend wissen Zu oft ist das zu sagen Von dem Da hinten sind sie Ja Mit der gegen der Panzerfaust ist keiner gewappnet Und wenn es ihr liebe Zuschauer wissen wollt was Rewander sagen will Dann soll er ein extra Video machen so ohne mich Nee ist ja nichts wildes nur wegen den Karten halt Passt schon alles gut wir kriegen das schon hin Was ist denn der Psych truck grabakt εκektiven Watten die 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 sch Pulunte Das ist der Person Da 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 la 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 dadadada da 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 Hä? Hallo was passiert Na Was ist passiert? War denn das? Hä? Hallo! Was steht denn da? Ja ich hab Was denn? Was war denn das jetzt? Der Gegner, die haben geschossen auf uns. Ja, der ist jetzt so ein übelster Überblendefekt. Ja, ja. Hast du? Hat das noch geklappt? Alter, würdest du mir bitte mal deinen Satz zu Ende erzählen? Warte, wir werden in unserer Basis zwei Stück. Welchen Satz denn? Ich weiß doch nicht mehr. Was meinst du denn? Was das jetzt gerade war? Eine Granate war das. Die so hell geleuchtet hat? Ja, das sind Blendgranaten. Das war doch keine Blendgranate. Doch, die gibt es auch. Es gibt einmal Rauchgranaten und einmal Blendgranaten. Und da wird der Bildschirm so kristallig halt. Oh, noch einer. Pass auf, pass auf, pass auf, Onkel. Ich beschütze mich hinter mir. Ja, ja, ich beschütze dich. Hab's. Hat geklappt? Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache hier so, aber... Das Gefecht hat mich mehr gereizt, muss ich ja sagen. Oh, scheiß Ruide. Ach, die Gegner haben mehr bekommen. Guck mal, wir haben richtig volle Party jetzt. Deswegen geht das hier so ab. Ich wundere mich schon. Wieso tausend Leute hier rumhüpfen, ey. Oh, 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 oh. Die sind alle schwarz. Ich bin blau. Was? Hm. Und die haben alle Masken auf. Ja. Ja. Ich hab schon manchmal das Gefühl gehabt, dass die... Die haben alle mit der Superpistole, mit der Zirpen in der Grille. Ja, ja, mit der Zirpen in der Grille. Hm, hm, hm. Geht's immer schon mit dem Men in Black. Passt ja, ne? Hm? Alter, mach deinen Sound leiser, wenn das jetzt schon wieder losgeht. Nicht gut, aber ich, ich, äh, wollte nur wissen, was du damit sagen willst. Mit Men in Black, dasselbe wie du. Men in Black. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Ja, wir haben gewonnen, Onkel. Yeah. Oh, wir sind abgestiegen voll. Was? Ich sag, wir sind voll abgestiegen. Du? Hey, von den, ähm, Dingen her. Von was denn für'n Dinger? Hey, der Onkel ist dabei. Meiste Fracht geliefert. Drei Stück Kuh, ich hab zwei. Ja, wir haben das Team. Ja, machen wir's nochmal, oder wollen wir noch schnell was anderes machen? Naja, wir haben ja jetzt 16 Minuten, also, den Part kann man schon noch befüllen. Okay. Kommen wir die Fracht rein. Ui, da gab auch richtig viel Kohle. 500, okay. Nicht schlecht. Ja, mit mehreren ist das auf jeden Fall mehr Action, ne? Okay, gleiche Karte. Und diesmal sind wir Imperium. Naja, aber das mit dem Sniper aufladen, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Was ist denn das hier überhaupt? Schaden. Guck mal, wie die funktionieren. Ich nehm da die. Die lege ich auch mal gleich an. So. Guck mal, was ist denn so ne Waffe, wo bist denn du? Ich bin da. Ich hab die gleiche, wie immer, wie die 1006. Ich hab mir diese komische Pistole genommen, ja, dieser. Achso, diese kleinen Pieps, ja? Da bist du doch. Musst du mal umdrehen, da siehst du. Ich hab ne Grille. Hm, ich guck. Onkel! Yeah! Du glatzköpfiger. Hey, du siehst aus, es ist... Achso. Es war gerade so am Schirm. Siehst du die Waffe? Ach, Alter. Ja, die ist cool, ja? Die ist süß aus. Okay, Onkel. Let's go. It's time to fight. Oh, it's time to fight. Da hinten sind sie schon. Die kleinen, dreckigen... Au, au, au. Ja! Direkt eine gesniped, da fühl ich mich da richtig gut, oh. Oh. Ach, komm schon! Mann, der Arsch. Alter, jetzt hab ich meinen Fadenkreuz nicht gesehen. Jetzt hab ich voll da vorbeigezerrt. Hast du an die Decke geballert? Ja. An die Decke, an den Himmel. Ja, die Decke gab's da keine. Ja, okay. War ja dasselbe Sinn, aber du hast schon recht, ist ja keine Decke. Ist ja keine Decke hier. Oh! Oh, du siehst gegen das Tisch bei ihnen? Ja, ich hab gesehen. Die hat sich dann selbstständig gemacht. Ach, komm, du S-Liga-Ellen-Koppel. Ja, die Jungs sind gut, ey. Die sind echt... Die Waffe, die... Die Waffe, die Scheiße. Hm? Alter, die Waffe. Ja, hast du eine andere genommen? Boah, Alter, jetzt hörst du aber doch. Boah, ja, ja. Ja, jetzt hörst du, das ist doch keine Blendgranate. Ja, ich seh's, ich seh's. Doch, das ist eine Blendgranate. Weil Rauf ist nur da, um dich zu verstecken und das ist eine Blendgranate, ja. Gar nicht mal so schlecht, vielleicht werde ich das später auch mal reinhauen. Boah, Wahnsinn, ey. Naja, die wissen halt, wie's läuft, ne? Im Disneyland, ja. Komm, Leute! Kill-Asie hab ich bekommen. Gar nicht. Wenigstens was. Ich werd schon wieder beschossen und ich weiß nicht, woher. Ah! Das ist viel schlimmer, wenn man nicht weiß, woher man beschossen wird. Ach, kacke, ey. Die verteidigen ihr Loch ganz schön gut, die Jungs, da. Hm? Ich brauch bloß in die Nähe zu kommen, zack, bin ich weg. Hm. Gerade hat man nur Glück gehabt, weil die in der Unterzahl waren. Oh, was mach ich denn? Ich renne hier in der Weine unter. Ja, wo macht der nichts? Ja, ist doch gut. Das passt. Ich wollte nur das Ding haben. Alter! Der hat drei Granaten geworfen, wir hatten das gemacht. Ja, das ist das, was ich dir vorhin erzählen wollte. Sperrfeuer. Gibt's auch. Das hatten wir in der Beta gehabt, weißt du, ne? Wo wir uns gegenseitig gejagt haben. Oh, man, ey, Rewano. Also, keine Ahnung. Aber lass mich nicht immer meine Texte wiederholen. Kill, Asi. Aha. Boah, Wahnsinn, was hier abgeht, ey. Ohne Witz. Pass auf, Onkel, die sitzen da drin. Ich werf' ne Granate rein. Ah, schön. Da haben wir ihn, da haben wir ihn zu zweit. Gruß, komm, 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 komm. Ich port' mich zu dir. Ja, komm, bist du da? Ja. Da ist noch einer, Achtung. Mann! Boah, die stehen da oben drauf. Die kommen da oben drauf. Ja, die porten sich. Dahin. Ähm. Grad, ich hab nur gesehen, ich wurde abgeknallt. Ich hab zwar noch einen getötet, aber dann hab ich gesehen, wie der Gerdama-Körber da rumgeflogen ist. Das ist so herrlich. Das ist so einfach. Was die Rebellen alles so haben, ey. Was, die haben unseren Koffer? Ja, ja, scheiße. Ach, Gott, nee. Was ist das? Wir müssen in unseren Kasten. Ja, wir müssen jetzt echt mal was tun und die holen. Sonst ist echt gleich hier hollern in Not. So, ich werf' jetzt einen Thermaldetonator da rein. Schön, zwei tot. Komm, weiter. Oh, 50 am Leben. Oh, was geht denn hier ab, ey? Der Wahnsinn, ey. Boah, die sind hier, die sind hier, Onkel. Wow. Wow. In the glowy hole kam's an. So. Es ist echt scheiße, muss ich sagen. Da reinzukommen, in das komische Loch da. Weil die förmlich mit ihren Waffen schlafen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab wieder nach rechts und links kommen. Das hab ich vorhin in einem Portmark erwähnt. Das ist das überhaupt, dass mir das immer passiert. Hm. Die haben die Frachtkiste. Wo ist die Frachtkiste? Wo ist denn unsere Frachtkiste überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Mein Gott, ich hab doch den Trieb. Boah, selbst mit der Panzerfaust schaff ich den Penner nicht zu töten. Jetzt hab ich die Granate gegen mich selbst geworfen. Ich bin so gut, ey. Portig zu mir, ich bin noch da. Das Spiel drüber, ne? Bist du noch bei mir? Hm, haben wir ein anderer. Oh, Mann, ey. Ich weiß nicht, ob die Waffen irgendwie unbesiegbar sind oder so. Aber die treffen einmal. Pups, ein Tod. Direkt. Pups, Tod. Pups, Tod. Hab ich schon Tod erwähnt? Nein, ich hab'n gehabt. Ach, fuck. Ah, wir haben das nochmal ganz kurz angeguckt, ja. Ja, super. Ich will gerade bei dir starten. Geht nicht, weil du schon wieder da bist. Boah, was? Ey, die sind doch krank, ey. Ach, komm. Pass auf, du wüt. Blöder Drecksack. Oh, läuft, läuft. Vermeilt der Tornator. Boah, da oben, ey. Da oben steht der Sack. Hab ich doch gesagt. Sie hättest du hingebordelt, hast du gesagt. Ja, aber ich sag ja, da stand ja mehrere und die haben alle geschossen. Der Feind, der rennt ja... Ey, das ist... Hallo. Ha. Haben wir sie wieder zurückgeholt? Wir sollten vielleicht auch mal hier hinten rumlaufen. Ja, aber wir müssen angreifen, weil, guck mal, eine Kiste... Ja, wir müssen aber auch mal hier hinten rumlaufen, dann kommen wir vielleicht noch von der anderen Seite dorthin. Ja, pass auf, ich hab jetzt... Ich hab so'n Aufdecker, das heißt, wenn die gleich kommen... Hm. Ich wurde gesniped. Boah, die sind gut. Die kommen nämlich hier hinten auch lang. Zack, weg. Zack, weg. Komm, hinten lang. Ja. Können wir die auch mal umgehen, die Penner, ey. Bis dahinten rauszukommen ist trotzdem das Problem. Ja, da helfen die Granaten. Zack, kommt Portig zu mir, ich bin immer noch im Weg. Ich bin da. Renn ich so, die kommen ja auch mal wieder angerannt. Oh, direkt weggesniped, ey. Der Typ da mit seinem Alien-Kopf, der ist Wahnsinn. Der ist krank, ey. Der schläft hier. Ich weiß auch nicht, wie. Hä? Der schläft überhaupt nicht, da schießen sich alle ab. Der ist ja Wahnsinn. Ah, ich hab'n Infanterieturm, mit dem mach' ich auf jeden Fall Schaden. Ich geh' wieder hinten rum. Ja. Ja, wir müssen angreifen. Ja, 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 ja. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Als hätte der kommen sehen, dass ich jetzt um die Ecke komme, das gibt's gar nicht. Ich bin gelaufen und da hat er schon abgeschossen, ich bin förmlich. Der lauft da hinten rum, warum gehst du dir immer wieder da vorne raus? Hm. Hm. Lalalalalalalalalalalalalala, also Fracht ist nicht so meins, muss ich sagen. Das macht doch viel Spaß. Naja, das ist irgendwie öde. Das macht keinen Sinn, das macht keinen Spaß. Rappimmel, rappimmel, rappbum. So, pass auf. Boah, Panzerfaust, na klar. Hat der dich auch? Die haben dich entdeckt, weil du gerannt bist. Nee, der guckt die ganze Zeit da rein, der sieht mich auch. So, beide gekillt, so mag ich das. Leute, was ist denn hier los, Hammer? Ja, haha, ach, das war jetzt so schön, Leute. Er hat mich gekillt, er läuft über meine Leiche drüber und da war, da hab ich aber vorher noch eine Annäherungsmine gelegt und er ist dann, sehe ich nur noch, wie er wegflattert. Schön über meine Mine gestolpert. Komm schon. Wunderschön. Bist du erschrocken, Alter? Das ist total verzerrt. Oh, Mann. Warum kommt da auf einmal jemand hinterher? Ey, die sind total wild, ey. Die sind total die Beste. Ach, du läufst doch schon wieder da hinten, da vorne lang. Ich lauf da nicht mehr lang. Da hab ich mehr Chancen. Nee, ich halte hier die Stellung. Ich halte hier die Stellung, ich halte hier die Stellung, ich halte hier die Stellung. Mach doch, mach doch, mach doch, mach doch. Ren doch, zeig dich doch mal da, hab ich gesagt. Ach, Gott, jo. Von oben hat der mich abgekillt. Ich bin hinter dir. Nicht schnell bewegen. Jetzt, komm, da ist noch einer. Ja, ja, portet dich zu mir. Ach, Gott, das hier... Ja, 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 ja. Ich schieße auch, weißt du, als würde ich nicht schießen. Und der macht einfach nur zu und ich fliege da rum und sage, tschapapa. Das hat gesessen, ja, schön. Wir frohen, wenn das Game vorbei ist, ey, da kann ich ja Albträumen. Heute Nacht träume ich, ich wäre ein Frachtschiff. Stirb, du Sau. Alter, von der anderen Seite kann man ja auch dann. Stirb, du Sau. Ja, sie ist gedauert. Sie ist gedeiht. Die Bände died unter den Glauben. Ah, selbst der Roboter greift mich an, du. Selbst der Roboter wird nervös. Mann, ich hab keinen Bock mehr auf Annäherungsminen. Ich will hier ordentliche, dicke, fette Termaldetonatoren haben. Der Wahnsinn, ne. Wir stellen hier drauf, ne, so'n Dinge. Oh, Mann, ey. Die kriegen natürlich die fetten Termaldetonatoren, ne. Ach, was ist das denn? Ich schieße mich auf den Scheiß. Aber die kriegen das letzte Ding auch nicht von uns, ne. Was ist das letzte Ding? Ja, die müssen nur noch einen. Ah, gut, eine Minute noch, dann haben wir es noch nicht vorbei. Selbst wenn wir Jesus Christus an unserer Seite hätten, hätten wir keine Chance mehr jetzt. Ich will mit Jesus Christus an meiner Seite. Was? Was will ich mit dem? Das ist ein guter Zocker. Boah, der hat, ohne Witz, der hat einfach einen Termaldetonator auf dir geworfen. Fertig. Boah, ich treffe hier gerade nichts mehr, ey. Als hätte ich irgendwie verlernt zu schießen. Ich geh hin ran. Ah, ein Assistent habe ich noch bekommen. Ein Assistent, ja. Aber du müsstest auf jeden Fall viel Kohle kriegen für die Karte. Boah, ich habe mich selbst getötet. Ich weiß, ich habe gar nichts gemacht, aber ich habe mich selbst getötet, okay? Bin ich froh, dass das Spiel vorbei ist. Danke, lieber Gott, danke. 3600 Punkte kriegst du. Oh, das ist schon mal ein ordentlicher Zaster, ne? Naja, total toll. Kannst du mir nicht mal sagen, wie viel Kohle du kriegst insgesamt. Guck mal, ich stelle mir. Ah, Onkel, Meister Träger besiegt. Meister Träger besiegt. So, was sagt denn dein Tacho? Was kriegst du für Knete? Ich habe 400 knapp. Wie viel Credit das bekommen? Keine Ahnung. Beende mal bitte, Onkel, 33 Minuten. 610, ob ich bitte. Oh, schon eine nette. So, okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war es das für heute wieder. 33 Minuten, also ordentlich. 34 Minuten, wenn ich jetzt fertig bin und dann würde ich sagen, bis zum nächsten paar. Tschüss! Ciao!